Nach dem Umzug habe ich gesagt, dass ich das BLV Upgrade für den Ender 3 Pro habe. Und wer wissen will, wie sich das Ding zusammenbaut und wie es dann am Schluss druckt, der bleibt dran. Gut und kürzlich willkommen, ihr lieben MakerLine. Ja, es ist soweit. Wir bauen heute das BLV Upgrade auf den Ender 3 Pro. Und ich würde sagen, wir schweifen nicht lange Raum, sondern fangen gleich an mit dem Umbau. Ja, das ist wirklich eine AP2-Tone. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich bin von der Druckqualität begeistert, hier der andere Schuh ist auch ganz gut rausgekommen, da habe ich jetzt den Support noch nicht abgemacht, ich werde euch nochmal ein paar Bilder posten und natürlich auch ein bisschen B-Roll noch entsprechend im Nachgang reinblenden, ansonsten muss ich sagen, Operation gelungen, Patient lebt, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr dem einen Daumen nach oben gebt und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und natürlich nicht verpassen wollt, was das für eine Figur ist, dann abonniert den Kanal, Links zu den Materialien findet ihr schamlos, für Eigenwerbung unten in der Videobeschreibung, bis dahin, bleibt gesund, happy printing! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!